Hey, hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Life is Strange True Colors und zwar heute mal nicht mit der Hauptstory, weil mit der sind wir nämlich fertig, sondern wie ihr nämlich sehen könnt, spielen wir heute Steph's Stories und ich würde sagen, ich rede nicht allzu lang, hast du Life is Strange Season 1 gespielt? Tatsächlich habe ich ja. Hast du Arcadia Bay gerettet? Und wir sagen mal Nein. Oder wollen wir Ja sagen? Ich weiß gar nicht, was wir im zweiten Teil, habt ihr uns das nämlich auch gesagt am Anfang. Und ich weiß nämlich nicht mehr, was ich im zweiten Teil gesagt habe. Ich glaube aber, ich habe Nein gesagt. Deswegen tun wir auch Nein sagen. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Anscheinend hat das mit der ersten Life is Strange Game was zu tun, wenn mich das fragt, weil in der Hauptstory wurde ich das nämlich nicht gefragt. Daher bin ich jetzt sehr gespannt, wie das mit dem ersten Teil zusammenhängt. Wir sind auf jeden Fall Steph in der Episode und ich denke, das ist halt die Vergangenheit von Steph. Ich weiß gar nicht, hört man was? Ich höre nämlich gerade gar nichts. Aber ich glaube, ah, jetzt, okay, jetzt höre ich zu viel. Es ist ein bisschen laute Tür. Jetzt sehen wir ja endlich mal den Raum von innen. Oh, Podcasts. Kann ich dir in einem Podcast von GLP und Palut empfehlen. Oh, okay. Also kennst du dich in einer Radiokabine aus. Oh. Ja, total. Dein Freund hat mir gesagt, dass du für diesen Job überqualifiziert bist. Ich dachte bloß, er ist, du weißt schon. Ah, Gabe hat uns, hat ihr den Job da versorgt, besorgt. Mega. Teil deiner Verantwortung ist die Führung des Plattenladens. Mit der ganzen Einzelhandelserfahrung in deinem Lebenslauf bin ich mir sicher, dass das kein Problem sein wird. Oh, klar. Ja, gar kein Problem. Super. Dein Freund meinte, du bist aus deiner Band ausgestiegen, um hier zu bleiben. Darf ich fragen, warum? Tut mir leid. Das ist vielleicht zu persönlich. Nein, ist okay. Es gab keinen besonderen Grund. Ich wollte nur... Ein wenig zurücktreten, etwas cooles tun, eine Trennung vergessen. Aha, okay. Also sind wir da schon mit der... Ich habe ihren Namen schon wieder vergessen. Obwohl ich vor ein paar Tagen einen Twitter-Post von den Life is Strange-Machern gesehen habe, wo die da ein Bild mit denen, mit Steph und ihrer Ex gepostet haben. Ein wenig zurücktreten. Naja, mal wieder durchatmen. Das hier wirkt wie ein Ort, an dem ich es einfach genießen kann, allein zu sein. Nun, ich hoffe, wir werden den Erwartungen gerecht. Haven Springs ist nicht Seattle. Ich denke, ich werde es lieben. Ja, Haven Springs ist eine coole Kleinstadt. Selbst nach den Vorfällen. Okay. Die Managerin hat mir für den ersten Tag eine Aufgabenliste dargelassen. Okay. Die muss hier irgendwo sein. Ich kann nur gerade die Kamera trennen. Ich kann mich noch nicht bewegen. Ich pausiere kurz, weil ich noch etwas sagen möchte. Also, ich dachte nämlich, es wird wahrscheinlich die Vorgeschichte sein, bevor Steph mit ihrer Freundin Schluss gemacht hat. Aber anscheinend ist es die Geschichte zwischen der Story, wo wir in die Stadt kommen und nachdem sie Schluss gemacht hat mit ihrer Ex-Freundin. Okay. Es ist auf jeden Fall interessant. Also, es ist eher so dazwischen. Und die Managerin hat uns eine Liste. Okay. Das ist das Telefon. Aufgabenliste. Gut. Wir gucken uns erstmal alle anderen Sachen an. Eine Wackelfalke. Was bist du denn? Wackel. Bist du das Maskottchen der Haven High School? Vielleicht. Wir kennen tatsächlich die Haven High School nicht. Könnte das tatsächlich sein. Ich glaube, ich habe das Festnetz bisher nur benutzt, um mein Handy zu finden. Tja. Ich habe es immer nur benutzt, um einen Verwandten anzurufen, von dem ich keine Telefonnummer habe. Ich wette, ich kann von hier das Brett treffen und sie bleiben kleben. Klebe-Dinos. Okay. Und da ist die Aufgabeliste. Mehr können wir uns auch nicht angucken. Jackpot. Hier ist die Liste. Okay. Steph, willkommen zu deiner ersten Schicht. Tut mir leid, dass ich nicht dort sein kann. Hier die Grundlagen. Stell dich vor. Spiel mit dem Commuter den Auto-DJ ab. Lies alle Anzeigen auf Sendung vor. Die Vorgaben liegen auf dem Tisch. Okay. Es ist sehr unwahrscheinlich, aber vielleicht ruft jemand an. Das muss ich wahrscheinlich nicht sagen, aber falls jemand anruft, geh ran. Viel Glück, Beatrice. Okay. Tja, wäre für mich die Hölle. Aber sie hat ja nur gesagt, vielleicht. Okay, Mikrofon. Sieht so ein bisschen aus wie meins. Meins ist auch so grau. Ich habe das Auna-Mikrofon. Aber keinen richtigen Pop-Schutz. Müsst ihr mir mal einen kaufen. Aber ich möchte mir sowieso erst ein anderes holen. Ich möchte mir das Shure holen. Es könnte auch das Phantom sein vielleicht. Das, was GLP hat. Aber das ist arschteuer. Das kostet 1000 Euro. Und angeblich soll es gar nicht mal so gut sein. Das ist das Shure besser. Und das kostet, glaube ich, wie viel 300? Also du spaßt hier einfach das dreifache Mischpult ansehen. Einmal dieser Knöpfe ist für das Mikro. Okay. Das Mikrofon haben wir eingestellt. Versuch mich bloß nicht mit all diesen Knöpfen und Reglern einzuschüchtern. Ich durchschaue dich. Oh, Kim. Dich vorstellen. Was geht, werte Zuhörer in Haven? Steph hier. Ein neuer DJ. Maestro der Musik. Neuer DJ. Eure neue DJ bei KRCT. Live jeden Montag, Mittwoch und Freitag. Und in Zukunft vielleicht öfter. Wir haben tolle Musik für euch am Start. Also bleibt dran. Ihr hört KRCT. Okay. Ich habe gute Musik versprochen. Also schaue ich mir als nächstes die Playlist an. Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir zwei werden uns öfter sehen. Vielleicht ja. Benutzen. Das soll Havens beste Indie-Rock-Playlist sein? Ziemlich mager. Okay, mal lesen. Auto DJ V4.5.2. Heutige Musik. Playlist Kalender. Musik importieren. Top 50 des Landes. Gesperrt. Neuveröffentlichungen. Gesperrt. Einstellungen. Konto. Auf Pro upgraden. Auf Pro upgraden. Okay. Auswählen. Ich glaube, das sollte passen. Hallöchen. Jetzt brauchen wir nur noch eine Platte. Sorry Computer DJ. Jetzt bin ich dran. Paint Me Silver abspielen. Fall Asleep abspielen. Home For Oaks abspielen. Und Talking Distance abspielen. Fall Asleep. Ich will nicht wirklich jetzt schon schlafen. Wir haben es gerade erst mal 20 Uhr. Paint Me Silver. Aber sieht irgendwie interessant aus. Du müsstest die Dinge jetzt schon aufgehen. Ich müsste ja noch diese Copyright Musik Claims aushaben. Mal gucken, ob man jetzt was hören kann. Ja, okay. Wir hören nichts wegen der Einstellung. Die Lava Lampe ist geil. Mit dem Glitzer. Sagen wir es hier nichts. Deswegen können wir ja wieder aufstehen. Okay. Anhören. Ansehen. Können wir dann irgendwas noch machen? Das soll Havens beste Indie Rock Alter. Ich bin gerade rechtzeitig angekommen. Ich weiß vielleicht nicht, was ich hier mache. Aber das Gute ist, dass bestimmt eh keiner zuhört. Nicht viele zumindest. KR CT. Zuhörer Daten. Tägliche Zuhörer. Zuhörer pro Block. Willst du deine Einstaltquoten verbessern? Hier ist ein Tipp für dich. Dafür. Zuhörer lieben einen DJ mit einer Persönlichkeit, mit der sie sich identifizieren können. Aha, okay. Und eine Mail. An KRCT Studio. Von Leslie Cole. Betrefft KRCT Programm. An die Zuständigen, ich weiß es zu schätzen, dass Haven Springs eine so besondere Ressource wie KRCT zur Verfügung steht. Nicht jeder, nicht jede Stadt kann sich mit ihrem eigenen unabhängigen Radiosender schmücken. Ihr Programm lässt allerdings zu wünschen übrig. Samstag spielten sie während dem, was angeblich Classic Rock sein sollte, dreimal hintereinander Lonesome Range. Lonesome Range ist kein Classic Rock Song, sondern eine 60er Jahre alte Country Western Single. Und dreimal hintereinander ist der DJ eingeschlafen. Bitte stellen sie jemanden neuen ein. Jeder, der eine Veröffentlichung aus den letzten 30 Jahren benennen kann. Genügt. Mit freundlichen Grüßen, Leslie Cole. Okay. Ja, äh, ich werde, ah, hier ist noch der Plattenspieler. Hier können wir noch Platten durchstöbern. Aber sonst können wir hier nichts machen. Ich kann halt mich nicht bewegen. Telefon kann ich auch nicht. Anzeige. Kann ich mal angucken. Okay, ich soll mich auf diese Punkte beziehen. Also sollte ich sie mir wahrscheinlich durchlesen. Ja. Okay, KRCT-Sponsoren. 25.03. bis 31.03. Der Black Lantern. Preis. Die Laterne. Preis. Die Laterne an. Inklusive dieser Dinge. Authentische Atmosphäre. Gutes Essen. Danke, Chad. PutToWorkColorado.com Findet seit 2002 Jobs für die Einwohner von Colorado. Wichtige Punkte. Einfaches, intuitives Jobportal. Lizenzierte Karriereexperten. Die Kandidaten und Stellen aufeinander abstimmen. Wird von führenden Unternehmen in Technologie und Unterhaltung benutzt. Kostenlose Probe-Mitgliedschaft mit dem Code KRCT. Die Avalanche Ice Cream. Neu in der Innenstadt von Haven Springs. Ice Cream wurde von der Eheleuten Sony & Angela Avalanche gegründet. Avalanche. Ich weiß nicht mal, wie man daraus spricht. Bitte nenn uns nicht so. Unser Nachname ist Anderson. Aha, okay. Über 50 Sorten. Darunter Klassiker wie Schokolade, Vanille, etc. Und neue, experimentelle Geschmacksrichtungen. Wie Bonbon, Zuckersirup und Graben. Was? Ragout? Nein. Okay. Gut, ja, ähm, können wir noch, äh, hier was anderes anspielen? Tun wir das da. Jetzt haben wir zwar ein bisschen Musik im Hintergrund, weil es war eine ganze Zeit zu leise, weil eine Platte gespielt hat, aber egal. Das ist wahrscheinlich nicht besser. Es gibt mir wahrscheinlich sowieso einen Copyright Strike. Dann tun wir mal die Werbung vorlesen. The Black Lantern, put to work, Colorado, Alevance, Ice Cream. Äh, ja, Black Lantern. Und jetzt eine Nachricht von einem der Sponsoren von KRCT. Die Black Lantern. Hier in Haven ist die Black Lantern bekannt für... Ihren wertigen Besitzer, ihren historischen Ausstattungen. Ihren wertigen Besitzer. Soll euch ein Mann aus dem 19. Jahrhundert Essen servieren? Dann seid ihr dort richtig. Und dann gibt's da noch das Essen. Probiert in der Lantern. Äh, Jalapeno-Herausforderung. Die besten Burger. Erstklassige Burger. Die besten Burger im Umkreis von 30 Kilometern. Mit Abstand. Geht heute noch zur Black Lantern. Und sagt, Steph schickt euch. Ich brauche eine Pause. Ich gehe mal kurz vom Pult weg. Eigentlich würde ich gerne noch eine Werbung vorlesen. Und hier ein neuer Laden, über den ihr euch freuen könnt. Avalanche Ice Cream. Avalanche, okay. Die Auswahl an Sorten, die sie anbieten, wird euch mega krass umhauen. Klassiker, experimentell. Ihr glaubt, ich mach Witze? Die haben ernsthaft und ich hoffe, ihr sitzt gerade nach Krabben Rangon schmeckender Eiscreme. Just saying. Just saying. Also geht direkt zu Avalanche Ice Cream und holt euch eine Kugel von unseren guten Freunden. Äh, Herr und Frau Anderson. Sonny und Angela Anderson. Die besten Nachbarn, die sich eine hungrige DJ wünschen kann. Und die letzte Werbung, die drücken wir auch noch durch. Und hier kommt etwas von einem unserer Sponsoren. Puttoworkolorado.com findet seit 2002 Jobs für die Einwohner von Kolorado. Und zwar mit? Äh, Jobportal. Karriereexperten. Ihren lizenzierten Experten. Diese Leute sind wie Karriere-Scherpers. Die euch helfen, die Spitze eurer Jobwünsche zu erreichen. Aber Steph, sagt ihr, ich bin ein einzigartiger Künstler mit hochspezialisierten Fähigkeiten. Nie im Leben haben die einen Job für mich. Dazu sage ich... Nicht mit dieser Einstellung. Und nur für meine Zuhörer. Gibt es eine Gratis-Probe-Mitgliedschaft mit dem Code KRCT? Ja, fertig. Dann können wir ja jetzt eine Pause machen. Ich werde schon lange mal mein Dating-Profil ausfüllen. Uh, Tinder? Ja. Habe ich noch nie benutzt. Steph Gingrich. Das ist dein Leben. Ähm, Steph, sie ihre 24 Haven Springs Co? CEO? CEO? Slogan. Äh, was möchtest du als deinen Slogan hinzufügen? Äh, leg eine Pause ein. Okay. Wir haben sogar alles erledigt. Ähm. Über mich. Was müssen deine potenziellen Matches über dich wissen? Etwas Informatives, etwas Lustiges. Liedtext. Äh, ja. Liedtext würde sogar... Ich könnte mir vorstellen, dass ihr ein Liedtext irgendwie als Slogan hätte. Oder was Lustiges. Gehen wir auf was Lustiges. Riesiger Nerd sucht nächste Ex. Puh, kann ich vielleicht nochmal rausthauschen. Also... Äh, Musikerin, Gamerin, Katzenliebhaberin, impulsive Reisende, lesbische Katastrophe, angehende DJ. Mh, das linke... Äh... Kann ich... Ah. Ne, ich kann nicht austauschen. Okay. Ja, ich nehme das linke auf jeden Fall. Als nächstes muss ich mich als Medien-Snob outen. Das wäre nur fair. Hm. Womit will ich Eindruck schinden? Äh, Spiele, Musik, Filme. Hm. Sie sucht jemanden zum Zocken. Deswegen hat sie auch Alex gefunden. Womit, wonach ich suche, runde ich das ganze Ding ab. Etwas Ernstes, Gemeinschaft, Spaß. Äh... Etwas Ernstes. Okay. Äh, riesiger Nerd sucht nächste Ex. Über mich, Liebhaberin von Schlagzeug. Spielen und Katzen. Ich schlage dich in Dinocard Racing. Ich suche nach einer echten Verbindung und bin nicht für One-Night-Stands hier. Okay. Ha, Grace. Wir können jetzt echt wischen, wie auf Tinder, nach links und rechts. Ah, und das sind lauter Nachrichten. Mike. Wer ist denn Mike? Uh. Gibt es viel zu lesen. Na gut, dann gucken wir mal, was er so Mike zu erzählen hat. Ich hoffe wirklich, dass dies die richtige Nummer ist. Falls die Person, die dieses liest, Steph ist. Hey, Mike hier. Ist eine Weile her. Heilige Scheiße, ey. Verdammt, Alter. Es ist ewig her. Wie hast du mich gefunden? Als wir uns das letzte Mal getextet haben, hatte ich eine andere Nummer. Lol, du bist im Alum... Was? Alumnieverzeichnis. Ich weiß nicht, was das ist, aber okay. Im Ernst? Ich weiß. Ich dachte auch, es ist komisch. Mann, da spendest du einmal fünf Kröten? Egal. Alter, wie geht's dir? Mir geht's gut. Du weißt, wie es ist. Ja, eigentlich nein. Ich habe keine Ahnung, wie es ist. Lol. Nein, ich schätze, das weißt du nicht. Wandere immer noch herum. Habe es auf die Hochschule geschafft. Das ist cool. Und du? Erstens, das ist cool. Glückwunsch. Zur Hochschule. Zweitens, lol. Keine Ahnung. Bin abgehauen. Oh, echt? Wo bist du jetzt? Äh, wo bist du jetzt? Haven Springs, Colorado. Ist das ein Vorort von Denver oder so? Ha! Haha, siehst du? Das wäre ein guter Ort für den Umzug gewesen. Nein, es ist mitten im Nirgendwo. Lange Geschichte. Falls du sie erzählen willst, bin ich ganz ohr. Gut, nö, müssen wir nicht. Easy. Genau, das ist unsere Ex. Gucken wir mal, was sie zu erzählen hat. Hey, ich bin sicher zu Hause angekommen. Ich denke, es wäre das Beste, wenn ich deine Nummer blocke. Ist nichts Versöhnliches. Ich denke bloß, dass die Versuchung, dir zu texten, zu groß wäre. Und ich will, dass du da draußen mit allem, was du tust, weitermachst. Also, leb wohl. Dieser Benutzer hat angehende SMS-Nachrichten von ihrer Nummer blockiert. Okay, dann Cherry. Gibt's auch ein bisschen? Hey, wir spielen am 25. Im Snooth-Haus. Digons, Riss, Attack, O Lanterns. Und ihr, falls ihr dabei sein wollt. Alk wird Nat... Was? Alk wird Nat selbst mitgebracht. Okay. Äh, scheiße, du hast es noch nicht gehört. Ich bin aus Seattle weggezogen. Oh scheiße, wann? Circa vor einer Woche. Verdammt, ist easy bei dir? Nö, sorry, Alter. Ich glaube nicht, dass es DSM noch gibt. Verdammt, F im Chat. Alles klar. F in die Kommentare. Äh, Gabe. Gabe Ryan Chalelet. Okay, gucken wir mal, was Gabe uns zugeschrieben hat. Yo, hey, Steph hier. Von Drugstore Make-up. Was geht? Okay, ich hab mit Easy geredet. Und wir sind für einen Auftritt zu haben. Ein Halt zwischen SLC und Denver wäre gut. Ehre. Ich kann's kaum erwarten, dass ihr hier spielt. Es wird euch gefallen. Hell yeah. Kann ich für ein paar Tage bei dir unterkommen? Äh, hast du nicht noch mehr Konzerte? Scheiße, ist was passiert? Nein, nicht wirklich. Ich dachte nur, vielleicht bleibe ich etwas länger in Haven, als wir ursprünglich geplant hatten. Aber nicht beide von euch. Alter, kann ich bei dir pennen oder nicht? Ja, ja, natürlich. Melde dich einfach. Äh, melde dich, falls du reden willst. Ich glaub, ich kann dir einen Job in der Stadt verschaffen, falls du Interesse hast. Dann musst du nicht mehr auf einer Couch pennen. Und kannst dir deine eigene Wohnung besorgen. Alter, darüber müssen wir uns unterhalten. Mach das Bier auf. Ich bin in 10 Minuten da. Weißt du, an deiner Stelle hätte ich meine Zukunft nicht auf ein Spiel gesetzt, in dem ich so scheiße bin. Alter, ich versuche zu schlafen. Du kannst schlafen, wenn du tot bist, wegen dem Job im Plattenladen. Äh, okay, ich gehe zum Vorstellungsgespräch. Danke. Gabe, du bist der coolste Freund, den sich ein Mädchen wünschen kann. Danke, Gabe. Jetzt lass mich schlafen, verdammt. Hals und Beinbruch. Danke, Mann. Ernsthaft. Kein Ding. Okay. Und, ah, da ist nicht viel. Okay, das ist eine Gruppe, daher schreiben hier mehrere Systembenachrichtigungen. Sie wurden dieser Gruppe SMS vom Benutzer Gabe-Chain hinzugefügt, weil sie glauben, dass dies ein Fehler war. Blocken Sie bitte diese Nummer und kontaktieren Sie Ihren Anbieter. Gabe, vorgestellt zur Genehmigung des Clubs der Coolen von Haven Springs. Unser neuestes Mitglied, Steph Gingrich. Ryan, willkommen. Charlotte. Wird auch Zeit, dass diese Gruppenchat weniger ein Club für Jungs wird? Yo, danke für die Einladung. Äh, Gabe. Also, Filmabend. Ryan, für einen Filmabend bin ich immer zu haben. Gabe, alter, du bist immer für eine Naturdoku zu haben. Sobald ich zu Jurassic Park schalten will, gehst du stiften. Ryan, sie haben keine Federn. Wo sind ihre Federn, Gabe? Charlotte. Oh Gott, nicht da schon wieder. Haha, beim Filmabend bin ich dabei. Wann? Äh, Charlotte. Bei mir, Freitag. Und ich denke, es ist nur fair, dass unser neuestes Mitglied den Film aussucht. Gabe. Was? Dem habe ich nicht zugestimmt. Pech gehabt, alter. Die Entscheidung ist gefallen. Ich suche etwas echt seltsames aus. Ryan. Okay. Wie seltsam. Echt seltsam. Alles klar. Oh, scheiße. Das war ein bisschen... im Laden gibt es auch noch Arbeit für mich. Das war... Das war ein bisschen zu schnell, äh, zuverzog. Aber ich wollte nur einmal klicken, aber ich bin zweimal angekommen. Oh, scheiße. Ich glaube, auf dem Tresen vorne lag ein Zettel für mich. Bewege dich. Ja, ich weiß, wie es bewegen funktioniert. Kann ich nochmal? Ah, okay. 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 Wir können rotzen. Ich möchte nämlich Lise Cassiès Zettel. Erledige Radioshowaufgaben. Hört ihr die Musik auf deinem Recorder an? Okay. Ja, ich würde sagen, wir gucken erstmal. Wir haben sechs Matches. Grace. 41. Gunnison. CO. Ich weiß nicht, was diese CO bedeutet. Gunnison. CO. Mutter von zwei Kindern erkundet eine andere Seite an sich. Aha. Auf jeden Fall hübsch. Ich weiß gar nicht, wie alt Steph zu der Zeit ist. 41. Ich weiß nicht, die Steph so zwischen... Ich würde Steph so zwischen 25 und 30 schätzen. Also nicht gerade älter als ich. Ich bin 27 dieses Jahr geworden. Und ich denke, crazy so in meinem Alter. Könnte aber auch in dem Alter meiner Brüder sein. Die sind zehn Jahre älter als ich. Also neun und zehn Jahre. Ich habe zwei ältere Brüder. Dann wäre sie quasi in der Nähe von ihrem Alter. Aber ich würde Steph auf jeden Fall jünger als sie schätzen. Aber ich glaube, ich würde Steph eher in meinem Alter. Also nicht älter als 30 schätzen. Könnte mich aber auch ehren. Aber ich sage mal, sie ist nicht älter als 30. Und deswegen elf Jahre ist nicht so heavy. Ich meine, meine Eltern waren auch zehn Jahre Unterschied. Aber ich würde trotzdem sagen, nee, sorry. Ist eine hübsche Frau gewesen, aber nee. Bubbles, 24. Muss ich immer an diese eine Werbung denken mit Bubbles. War das nicht so eine... Ja, genau. Sprachen lernen mit Bubbles. Was ist das? Bubble? Ach, keine Ahnung. Ich habe vergessen, wie diese Sprache app heißt. Edinstadt. See, oh. Diese Person hat noch keinen Slogan eingegeben. Wie geheimnisvoll. Auf jeden Fall hübsch. Blond. Gefällt mir. Und ihr Outfit sieht ziemlich nice aus. Dieses Trenchcoat. Ist das ein Trenchcoat? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall dieser sieht nice aus. Also 24. Wenn Steph jetzt so, sagen wir, 27 ist. Auch nicht so viel Unterschied. Drei Jahre. Ja, würde ich switchen. Wir machen... Ihr habt euch gefunden. Das Gefühl ist beidseitig. Ihr zwei mögt euch. Äh, wir machen erstmal weiter. Mh, Caitlyn. Haven Springs. C.O. Ich frage mich, was diese C.O. bedeutet. Ich glaube nicht, dass es einfach nur Co. bedeutet. 22. Du verhaust jeden Wurf, den du gar nicht erst wagst. Okay, sie mag auch Katzen. Und sucht auch etwas Festes. Mhm. Ich weiß nicht. Ich bin nicht so ein großer Fan von so diesen zwei Zöpfen. So ein Zopf, okay. Aber so zwei Zöpfe bin ich nicht so der große Fan. Caitlyn. Ich muss zugeben, jedes Mal, wenn ich den Namen Caitlyn höre, muss ich an League of Legend denken. Und auch, ich muss zugeben, auch wenn ich die Netflix-Verfilmung von League of Legend gefeiert habe und richtig Caitlyn und Y miteinander schippe, muss ich zugeben, persönlich mag ich Caitlyn eigentlich gar nicht. Ich muss zugeben, in der Netflix-Serie war sie echt nice. Da war sie mir echt sympathisch. Aber ich glaube, das lag einfach nur dran, weil sie, ja, weil es einfach gut umgesetzt war. Aber, ich weiß nicht, so von ihrer Lore und Backstory, muss ich zugeben, bin ich nicht so großer Fan von ihr. Sorry. Greta. Uh, okay. 27. Colorado. Soll Goff bleiben. Mag auch Katzen. Hat sie einen Nasen-Piercing? Ich glaube, ja. Und ich glaube, sie hat unter der Lippe so einen kleinen Piercing. Ich bin kein großer Fan von Piercings. Auch wenn das jetzt keine großen sind. Es ist wenigstens nicht so ein Nasen-Piercing, was man so zwischen den Nasenlöchern hat, sondern nur da auf der Seite. Das geht noch. Ich muss zugeben, ich mag ihre Haare, diese schwarz mit der roten Strähne. Ich würde sogar überlegen, rechts zu swipen. Kylie. Okay. Haven Springs. 25. Tätowiert. Hat nur Blumen als Tätowierung. Okay. Und so, ja, ein Hanf auf ihre Käppi. So, mhm, diese Ohrringe gefallen mir überhaupt nicht. So große Ohrringe mag ich überhaupt nicht. Weil immer, wenn ich eine Person sehe, die so Ohrringe hat, muss ich mir immer vorstellen, was, wenn sie wo hängen bleibt und sich das Ohr ausreißt. Ja. Ne. Würde ich Trauma kriegen. Ohne Ohrringe würde ich vielleicht überlegen, nach rechts zu switchen, aber die Ohrringe, ich weiß nicht. Tattoo. Ich bin auch jetzt nicht so ein großer Fan von Tattoos, aber wenn es halt nur, ja, wenn das die einzigen zwei Tattoos auf den Armen sind, könnte ich noch darüber hinwegsehen. Bist du diejenige, nach der wir suchen? Hm, ich weiß nicht. Ne, ist nicht so ganz mein Typ. Ja. Wer das Tattoo-Muster anders, könnte man vielleicht noch überlegen und keine Ohrringe, aber ja, nur Blumen als Tattoo, ich weiß nicht. Ich bin kein großer Blumen-Fan, daher, links, Winnie, 28, Garnison, Co, willst du kiffen und Anime gucken? Also, Anime gucken? Gerne, aber kiffen? Ne, sorry. Hörtet, wer da nur, willst du Anime gucken, hätte ich vielleicht ja gesagt, aber ich weiß, kiffen, ne, sorry. Das ist doch ein Witz. Okay, also wir haben zwei, ähm, ja, wir haben zwei Swipes, ich weiß gar nicht, was das ist, also da ist wahrscheinlich ihre Kontakte, was ist das? Instagram? Bist du sicher, dass du diesen Benutzer ignorieren möchtest? Abbrechen. Achso, das ist blocken, okay. Okay, das wollte ich nicht. Ah ja, genau, hier hat man noch, äh, nochmal alles in groß. Ist das eine Kirche da hinten? Oder ist das einfach ein Haus? Ich glaube, das ist ein Haus. Ja, also bis jetzt, sie finde ich am hübschesten. Äh, Bubbles, äh, 24, Eden Stadt. Äh, Slogan, diese Person hat noch kein Slogan. Über mich, diese Person hat, okay, ja, der hat noch nichts, genau. Äh, können wir ja mal texten. Äh, den ersten Schritt tun, auf sie warten. Äh, wir sind... Ich überlasse Bubbles, das Reden. Ja, wir warten. Hallo Süße. Ui. Da werde ich ja rot. Äh, Nachricht. Äh, äh, du bist ein Bot, oder? Äh, äh, ja. Wie gefällt dir das Wetter im Moment? Äh, okay, ja, du bist eindeutig ein Bot. Hm, ja, das ist mir das liebste Wetter. Äh, okay, ja, eindeutig ein Bot. Äh, Nachricht. Äh, Botwetter ist nicht zu schlagen. Führen wir den, was? Voidkampftest durch. Ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Okay, es wird Zeit für deinen, ja, Kampftest. Äh, du kannst rauchen, wenn du magst. Es hat keinen Einfluss auf den Test. Es ist dein Geburtstag. Jemand gibt dir eine Geldbörse aus Kalbsleder. Hm. Geht dir diese App nicht auch auf die Nerven? Benutzername nicht gefunden? Gib mir deine Nummer, damit wir texten können. Du wirst es nicht bereuen. Äh, nächste Testfrage. Vielleicht werde ich es bereuen. Du bist nicht mal gut, ein guter Bot. Vielleicht werde ich es bereuen. Unterschätzt mein Talent. Äh, unterschätzt mein Talent, Dinge zu bereuen. Nicht-Bubbles. Es ist umfassend und uralt. Okay, irgendwelche Buchstaben und Zahlen. Äh, hallo Süße. Ah ja. Von vorne? Okay, sich eine Stunde lang darauf abzufeiern, mit einem Bot zu reden, ist süß. Aber bei zwei Stunden würde ich mir Sorgen machen. Ja, okay. Tut mir leid. Ich, ich, ich fand's lustig. Äh, oh, fangen wir von vorne an. Äh, denn ich dachte ganz ehrlich, dass ich diese Unterhaltung beim ersten Mal perfekt hinkriege, hing, hingekriegt habe. Wie gefällt dir das Wetter im Moment? Ähm, gut. Ja, dann gehen wir, äh, raus. Und dann können wir auch gleich, äh, blocken. Leider, war das ein Bot. Schade. Ja, und sonst gibt's nichts Neues. Okay. Na dann? Haben wir? Nee, okay. Ja gut, ähm, ich würd sagen, äh, nach diesem schrecklichen Tinder, äh, Try, ähm, mach ich hier jetzt einen Cut und in der nächsten Folge, uh, Schokolade, äh, gucken wir uns diese Schokoladenteifelchen da an und den Horem-Manga wollte ich grad lesen, aber Horror-Roman ist das. Ähm, ja, und ich würd sagen, mal gucken, was Death Story noch so zu zeigen hat. Ich bin auch gespannt, ob wir dann ab und zu, äh, im Laufe des Spiels mehr Tinder-Matches bekommen können. Ähm, bis jetzt haben wir ja zwei, oder habe ich nur, äh, Bubbles rübergewischt? Nee, ich glaub, die andere hab ich auch. Dieses Goff-Girl. Ich hab schon wieder den Namen vergessen. Naja, ähm, ja, gut, ähm, ich verabschiede mich für diese Folge. Wir sehen uns in einer weiteren Folge und dann gucken wir uns hier um, vor allem diese Schokoladenteifelchen. Darauf bin ich am meisten gespannt. Und ja, dann verabschiede ich mich bis zu einer weiteren Folge von Life is Strange True Color bei Steph Stories. Ciao. 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 Vielen Dank.